herzlich willkommen zu einem neuen astro video und heute habe ich mir gedacht mache ich mal ein video zur astromedizin du hast vielleicht schon davon gehört dass man aus dem geburtsradix auch gewisse tendenzen körperlicher psychischer natur herauslesen kann und in diesem video möchte ich dir einfach erklären wie funktioniert astromedizin also einfach mal so grob umreißen dieses thema ein paar gebiete streifen man kann natürlich jetzt nicht ganz in die tiefe gehen weil das wäre wahrscheinlich dann eine serie er aber schauen wir uns einfach mal an wieso funktioniert astromedizin wie leitet sich das her und wie kann man sich das alles vorstellen grundlegend ist ja zu sagen ich wiederhole es immer wieder die astrologie basiert auf dem analogie denken das heißt etwas steht für etwas anderes also ein zum beispiel planet steht für eine gewisse qualität für eine gewisse frequenz und wenn ich den als symbol nehmen und sage das ist für mich ein schlüssiges system wenn dieser planet in dieser konstellation steht in diesem haus steht in diesem zeichen steht dann dann hat das eine gewisse qualität dann hat das eine gewisse auswirkung und diese auswirkung lässt sich auch ins konkrete übersetzen das heißt auch wirklich in den körper in das profane in das was erscheint lässt sich dieses ereignis umsetzen und jetzt schauen wir uns einfach einmal den menschlichen körper an im tierkreis beziehungsweise in den verschiedenen zeichen und wenn das jetzt noch keinen sinn für dich macht warum gerade das dafür steht dann bleibt dran ich erkläre das nachher auch noch ganz klar aber dass du mal so ein bisschen ein bild bekommst wie ist denn dieses astromedizinische denken weil für mich war das immer sehr abstrakt wenn wir gesagt hat ja das ist jetzt keine ahnung das nervensystem oder das ist die hüfte oder so für mich war das früher sehr sehr abstrakt aber wie gesagt ich möchte jetzt einfach mal so näher bringen dass du das gleich einmal überschauen kannst und nach diesem video verspreche ist dir ist es dir auch klar so schauen wir uns mal ein bild des menschlichen körpers an der sieht erst mal so aus als wäre in einem farbtopf gefallen bei mir aber schauen wir uns einmal durch an wir sehen im kopf eher so dieses rote dieses wieder mäßige rotes wieder ist feuer prinzip dazu ist der mars vom wieder kennst du hast du sicher schon gehört das heißt also wieder hat als krankheits disposition neigung zu kopfschmerzen augenentzündungen zahnschmerzen also alles was sich was sich da so abspielt ja das im gesicht im kopfbereich kann man so auf mars auf wiedersehen also wenn du wieder bist hast du vielleicht damit in diesem bereich probleme oder themen bitte da reicht das sonnenzeichen alleine noch nicht aus aber das ist auf jeden fall mal so ein thema vom wieder und wenn du das thema mars mit entzündungen gleichsetzt dann kommt mars oder die entzündung dorthin wo in welchem haus der dann steht zum beispiel also welchen körperteil plus mars ist immer so aktivität sport oder halt eine entzündung eine inflammation eine hitze im körper und so kannst du dir das vorstellen also das beginnt jetzt mal beim kopf wieder dann geht es weiter du siehst so hals bisschen so schulterbereich ist dann der stier klassische hals starrigkeit des halsentzündungen auch verspannungen schilddrüsenerkrankungen also da das sind so das sind so stier themen und da ganz klassisch also das ist so schulter hals bereich dann da unten du siehst es wird es ein bisschen ist ein bisschen mehr los machen wir zuerst die zwillinge also das gelbe was du das siehst das ist bei den armen hast du die zwillinge und man hat auch bei den bei den lungen rein also das teilt sich so ein bisschen so mit krebs auch auf aber du kannst dir vorstellen so zwillinge sind sind so die arme zwillinge sind sind lungenkrankheiten wie astma also das ist kommunikation ist bewegung das sind einschränkungen so auch in der in der motorik drinnen also das ist so zwillings aspekt merkur zwilling merkur ist immer so mechanisch auch ist die funktion von etwas man also da haben wir so diese zwillings energie in den armen drinnen wenn wir dann weiter schauen zum krebs das ist so dieses diese 69 oder 96 wie du es ließen möchten möchtest dann hast du da die verdauungsorgane du hast du hast so also erkrankungen des magens also emotion krebs mond hat mit gefühlen mit emotion zu tun das heißt du hast im magen so dispositionen womöglich sodbrennen sodbrennen durch dieses empfängliche kinder kriegen geht das auch runter auch teilweise in die gebärmutter rein also das sind auch so krebs themen wo man wo man eben schauen muss also das ist so disposition vom krebs dann wenn du weiter schaust das kommt noch ein krebs der löwe der löwe ist natürlich klassisch sonne lebensenergie lebenskraft und da geht es ums herz da geht es um herz und kreislauf erkrankungen es kann sich auch auf die wirbelsäule schlagen natürlich aber das ist eigentlich so eine typische sonnen löwe disposition zum beispiel wenn du sonne saturn irgendwo hast oder oder da eine einschränkung sonne blut und dann gibt es da oft mal probleme in dem lebensenergie oder auch natürlich mit dem herz und das sieht man ebenso herz ist so löwe dann die jungfrau die große sparsame die große wiederverwerterin noch einmal merkur als zeichen da passt natürlich das verdauen dass das gedärm dazu also dass da wird entschieden was brauchen wir auch nicht wahrscheinlich aus und wenn wir holen wirklich die näherstoffe aus der nahrung raus wir 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 speichern das womöglich ein das heißt so erkrankungen der verdauungsorgane solche geschichten bauchfell geschichten was sind so das sind so klassische so jungfrau themen die jungfrau ist so dieses m mit dem eingezogenen schwanz drunter ist dann das körper und da kommen wir noch dazu aber das sind so die jungfrau themen naja vom körper wenn du durch gehst wenn du dann weiter schaust auf der skizze haben wir die waage und die waage da geht es um die niere blase um das urogenital system die waage ist auch so mit dem venusischen so das aussehen also es geht da auch um die haut was sind so dispositionen für die für die waage das kann auch die zum beispiel diabetes und so wenen geschichten die spielen auch beim waage zeichen bei der waage venus eine rolle also das sind so die waage symbole haben wir so diese nieren wenn sie weitergeht runter in dem blut und den skorpion ins plutonische dann geht es ganz klar um die geschlechtskrankheiten geschlechtskrankheiten infektionen der geschlechtskrankheiten der geschlechtsorgane oder natürlich auch der ausscheidungsorgane zum beispiel hämorrigen geschehen wenn du hämorrigen probleme hast das sind so plutonische geschichten also das hat auch mit dem skorpion zu tun wenn man weiter schaut zur hüfte weiter runter du merkst wir gehen so ein bisschen systematisch vom kopf runter den körper durch wenn du weiter runter schaust hast du hüfte leiden und hüfte ist der schütze ist der jupiter das ist so diese diese bewegung eigentlich der hüfte die großen schritte gehen große schritte machen das übertreiben das ist ja auch so schütze jupiter mäßig was und hüfte ist klassisch mit dem mit dem schützen in verbindung wenn man weiter runter schaut zu den gelenken das ist oder so grün eingezeichnet in der skizze also knie jegliche gelenke alles was sich versteifen kann alles was wehtun kann alles was da eingeschränkt werden kann das ist der steinbock das ist das turn also räume knochenerkrankungen das ist so das sind so saturn geschichten das sind so das sind so steinbock themen also bei den knien dann siehst du da so die 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 waden das siehst du den wassermann da sind wir jetzt schon bei den also unterhalb der knien so quasi und schenkel die waden ja die unterschenkel neigung zu verkrampfungen zu verkrampfungen wadenkrämpfe zum beispiel bis hin zur epilepsie das zentrale nervensystem krampfadern venenleiden das sind so wassermann uranus themen also da geht es dann schon so ein bisschen in das feinstoffliche auch mit dem nervensystem und eben auch mit den krämpfen so in die in die muskulatur mit rein also das ist so klassisches wassermann thema und am ende die füße die fußerkrankungen das hat mit dem fischen zu tun mit dem neptun zu tun neigung zu fußerkrankungen erkältungen gut süchte psychische erkrankungen gehören auch dazu wie kann man sich das vorstellen wie passt das mit den füßen zusammen du kannst dir vorstellen erdung ist so gut wie du stehst auf der erde also so wenn du da wenn du da störungen hast dann kann sich das eben auch auf die psyche auswirken also das sind damals so diese diese aspekte also kurz umrissen naja aus der astromedizin also so wird das aufgeteilt und jetzt kannst du dir vor jetzt ist natürlich die frage wie kommt man denn auf sowas wie holt man denn sowas her wie kommt man denn auf dieses bild ja und auch das hat einen sinn und und wenn es das siehst dann dann verstehst du es einfach und darum ist es mir wichtig dass ich dir das auch mal zeige also ich habe da noch ein bild zusammengestellt für dich mit der astromedizin und hier siehst du so einen fötus und wenn du sagst wie unter anführungszeichen normalerweise ein kind auf die welt kommt das heißt kopf voran ja das ist so der gedachte weg in die welt dann legt sich dieser fötus vom widerstier zwillingkrebs löwe und so weiter den ganzen tierkreis bis zu den füßen zu den fischen legt sich da so dieser tierkreis auf diesen fötus und so kannst du dir das vorstellen entsteht die symbolik der astromedizin jetzt ist es natürlich nicht so dass man dass man sagen kann okay jeder wieder hat jetzt automatisch hat jetzt automatisch nur kopf wie probleme oder kopf themen genauso wie jeder schütze nicht automatisch hüftprobleme hat sondern da geht es dann wirklich darum zu schauen im individuellen horoskop wie stehen denn da die aspekte wo steht denn da was wenn da was zum beispiel im körperlichen steht ein planet zum beispiel jupiter steht im zweiten haus dann könnte man da schon sagen und das könnte darauf hindeuten oder sagen wir ja jupiter stehen im zweiten haus im steinbock dann könnte das darauf hindeuten dass man sagt okay da ist die hüfte vielleicht schon eingeschränkt körperliche auf der körperlichen ebene und und so deutet man das dann in der astrologie dass man schaut wo stehen denn jetzt bitte die beweglichen prinzipien der tierkreis zeichen weil der wieder bewegliches prinzip ich habe es gesagt ist der mars ihr bewegliches prinzip ist die venus und so weiter also das heißt die beweglichen prinzipien die planeten die bewegen sich ja durch den tierkreis in die verschiedenen häuser das heißt in die gebiete wo etwas wirkt und die waren dann auch in unterschiedliche zeichen immer wieder wie man es jetzt aktuell auch haben mit pluto wo das große thema ist zwischen steinbock und wassermann wo der hin und her wandert weil recht langsam läuft also das heißt die planeten ändern ja permanent auch die tierzeichen die tierkreis zeichen die archetypen das merkst du auch wenn du meine neuen und horoskope die anschaust dann ist immer jedes monat in einem anderen zeichen treffen sich der sonne und mond also das heißt die planeten sind beweglich und die definieren dann im individuellen horoskop wo sich etwas manifestiert wo oder etwas womöglich wo es nur möglich probleme geben kann und so kann man das eben deuten wichtig ist nur zu sagen das ist eben ein grundmuster und das heißt jetzt wieder nicht dass du unbedingt da krank werden muss oder probleme haben muss aber man kann es beobachten wenn es irgendwo themen gibt wo du mit etwas zu kämpfen hast dann schau einfach mal im horoskop oder lass dir von dem astrologen einmal schauen womit hängt denn das zusammen weil vielleicht kommt man dann auch hinter die gewissen ursachen weil wenn du sagst okay wieder themen sind zum beispiel ich habe ich habe kopfschmerzen ich habe entzündungen und man sagt das ist womöglich ein mangel an durchsetzung weil ich die aktive diese eine aktive seite zu wenig lebe weil ich weil ich zu wenig grenzen setze oder stopp sage wenn ich wenn ich wenn ich mich ärgere zum beispiel ich bin permanent geärgert ich habe mich ich habe permanent ärger in mir und habe das irgendwie aufgestaut dann kann das natürlich zu dem führen dass ich sage okay da habe ich mehr kopfschmerzen oder weil ich abgrenzung gesagt habe das gehörte eher zum stier abgrenzung mit den finanzen bin ich nicht so gut materielles sicherheit besitze ist jetzt nicht ganz so meins ich fühle mich schutzlos und sicher mein eigenwert ist irgendwie unterdrückt dann kann es auch sein dass ich da natürlich hals und und rachenbeschwerden krieg nackenbeschwerden krieg auf der stierseite das heißt wenn man diese prinzipien deutet oder ein nachher dann dann kann da auch wirklich von der psychologischen ebene durchaus eine herleitung stattfinden und dann kann man das auch bearbeiten und natürlich auch auf energetischer astromedizinischer weise auch lösen also von der technik her gibt es da zugänge die astrologie selber ist ja kein heilsystem in dem sind also ein system das aufzeigt aber du kannst natürlich über zum beispiel energetische sitzungen die sich auch anbiete oder homöopathische entsprechungen da gibt es dann natürlich heilungssysteme auch alternativ medizinische heilungssysteme die da anschlagen oder helfen können oder natürlich auch ganz klassisch schulmedizinische ereignisse aber oft ist ja mal so ein pluto ereignis eine operation oder wasser dass da wirklich was rausgeschnitten gehört oder dass da was das sowas eine begegnung hat das kann ja auch oder ist ja auch heilung also man kann ja das nicht ausgrenzen ich sage einfach die methodik dann wie man was behandelt ist dann nicht mehr ist nicht mehr das gebiet der astrologie die astrologie der astrologie zeigt auf der astrologie kann hinweisen oder die astrologin aber die die therapie selber ist dann ein anderer schritt gut aus wäre so der ausflug in die astromedizin sagst du dazu wie wie geht es dir denn damit was war das interessant für dich so dieses dieses video möchtest du mehr so hintergrund astrologische themen einfach hören und wenn dich was interessiert dann schreibst mir gerne in die kommentare rein vielleicht mache ich mal ein video dazu und ja ich freue mich natürlich über dein feedback über den daumen hoch abonnieren kanal teile gerne auch mal das video vielleicht kennst du erwähnt der der sich für dieses thema interessiert und und ich denke es ist mal so eine grundlegend gute einführung zu diesem zu diesem gebiet der astromedizin kann man natürlich noch viel mehr sagen aber es ist mal ein überblick und wenn ich mehr detail gehen soll schreibst mir auch gerne rein dann schaue ich dass ich noch mal ein video dazu vorbereitet ich wünsche dir eine gute zeit aus dem wunderschönen land dein oliver renny bis nächstes mal tschüss